Hallo, mein Name ist Johnny Knoxville. Es ist nicht das ekelhafteste Stück Kino, an dem ich je beteiligt war, aber wir haben viel Spaß. Überraschung! Ich hab dir einen Kobold gefangen. Ich werd dir die Eier abschneiden und dich mit ihnen verblaschen. Es ist provokativ. Wer hat jetzt hier gerade wehgefickt? Du pitsverseuchte alte Fonte! Nein! Ein echtes Blutbad. Einen schönen guten Morgen, Ladies. Ihr habt mir ins Auge geschossen und mir in meine Nippel. Mobi 43 Die sind so eierfixi. Jetzt im Kino